Ja hallo, ich wollte euch heute mal hier ein paar Bilder zeigen von einem Radladen. Seht euch einfach die Bilder an, lasst die Eindrücke auf euch wirken. Da ist zwar etwas eingeschneit, aber man kann trotzdem noch was erkennen. Die Eindrücke Die Eindrücke Die Eindrücke Die Eindrücke Die Eindrücke Untertitelung des ZDF, 2020